Guckt mal hier. Hier gibt es noch was, es ist nicht überall. Guckt mal den Blick. Ich laufe mal ein bisschen vor. Hier könnt ihr mal gucken, hier ist der Humboldt-Gartenspatte. Humboldt-Straße, Humboldt-Gartenspatte. Da kann man auch über Klauen gucken. Da seht ihr mal wie es hier ist. Mit einer der schönsten Plätze, was es gibt. Da kann man ganz weit gucken. Geht es auch hier nacheinander? Hier ist ein Vereinsheim. Guck, hier ist die andere Seite. So sieht es hier aus. Hier ist manchmal Sommerfest. Das ist immer schön. Mal die Gartenanlagen. So und der Himmel. Es ist schön bei uns. Macht's gut. Wir gehen jetzt mit dem Drakkopf raus. Vielen Dank.